Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr vielleicht beim Kittel schon erkannt habt, wie so immer bei mir. Erinnert ihr euch noch, als ich, ähm, ja Entschuldigung, hier näher, als ich, ähm, Wischwisch von der Box holen wollte, aber das Zügel nicht war? Nun ist es schon wieder. Hier, ihr seht, kein Zügel an, aber das Vier-Funktionszeichen. Okay, drücke ich jetzt drauf und jetzt kann ich es hören, obwohl ich kein Zügel an habe. Ich frage mich schon ziemlich oft, wieso immer bei mir? Hä? Was mache ich denn falsch? Zieh die Decke an und den Sattel. Ah, es sieht ganz normal aus. Es war so, wie ich es an hätte. Hier halte ich auch die Zügel, obwohl ich keine an habe. Hier, Zügel. Ich habe sie an, aber das sind keine. Wieso immer bei mir? Ja, ich hatte es schon, ähm, gestern und vorgestern und dachte, es wäre einfach nur Zufall. Gestern, ähm, ähm, wollte ich die Kamera holen, ähm, aber zwischendurch hatte ich Netzwerbfehler. Und nachher war es dann wieder normal. Und heute ist es schon wieder gewesen und dann dachte ich so, jetzt mache ich aber ein Video. Und, ähm, bitte schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr das auch habt. Oder, ähm, an was das liegt. Und man das wieder wegmachen kann. Oder, ob ich mich hier an den Support melden soll, was hier das Problem ist. Das war es eigentlich auch schon. War ja nur etwas Kleines. Und wir sehen uns bald, nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leudys!